Silvi, ich bin so glücklich, dass du mit mir heute wieder mal zum Essen gegangen bist. Was da drin schmeckt, ist besonders gut. Das ist eine von den letzten ganz alten, echten Wirtschaften in Schwabing. Ich weiß nicht. Das Bier ist eiskalt und die Suppe ist viel zu heiß. Man verbrennt sich ja die Zunge. Was? Resi! Resi! Was denn? Meine Begleiterin hat sich an der Suppe da die Zunge verbrennt. Dafür ist ihr Bier so kalt, das kann man ja gar nicht trinken. Die soll sich nicht so anstellen, die Tussi. Da! Jetzt war es drei Minuten und dann probierst du es noch mal. Oh mei, die Weiber!